Hallo Leute! Unschwer zu erkennen ist heute der Wintereinbruch gekommen und ich bin auch schon ziemlich dick hier angezogen. Noch mit Jogginghose, weil ich ja gerade noch oben war. Und ich werde jetzt ein paar Wettervideos machen, so zwei Stück pro Woche. Eins meistens montags und freitags. Ich wollte halt jetzt eins machen, weil der Schnee mal wieder wegtauen soll in den nächsten Tagen. Heute ist der 29.12.2014. Das erste Wettervideo in diesem Jahr. Das letzte in diesem Jahr. Nächstes Jahr ist dann wirklich richtig los. Ich wollte es heute noch mal filmen. Ich wollte eigentlich erst am 2. Januar oder 3. Januar anfangen. Halb montags und freitags. Aber ja, hat es ja nicht so richtig ergeben. Wollte jetzt noch mal aufnehmen, weil da müsste der Schnee wahrscheinlich schon wieder fast sehr getaut ist. Noch immer ein 45 Sekunden Intro, wie das Wetter zur Zeit in meiner Region ist. Ich wohne ja in Turgau und werde ich gleich mal zeigen, wie das Wetter zur Zeit ist. Bis gleich! Und ich spiele Musik noch ein. Ich werde dann alles noch filmen. Mit einem tollen Splittprogramm. Und ich werde dann alles noch filmen. So, Hallöchen! Ich stütze mich mal kurz hier ab, damit, dass sie so schief ist. Ja, und zwar, wie gesagt, Winter einfach Intro gerade gemacht. Hat so geklappt, sah recht schön aus. Und jetzt, äh, ja, werde ich es heute noch mal ansagen. Ich fange wirklich an mit dem Deutschlandwetter. 29.12. bis, ich glaube, den 2. Januar. Scheiße! Ich muss hier mit links. Ja, 2. Januar. Aber erstmal so eine kleine Prognosen, wie sich das jetzt hier nun abspielt. Und damit fange ich direkt mal an. Ja, heute am Montag, den 29. Dezember, ist das Wetter nicht so toll. Vor allem im Südwesten, Süden und auch im Südosten schneidet es kräftig. Dort gab es ja in den letzten Tagen, also in den letzten 2-3 Tagen schon, totale Glätte. Und sehr viel Schneefall, Schneeverwehungen, wie gesagt, richtiges Glatteis, ganz blödes Wetter. Für uns hier im Osten hat es Nacht vor allen Dingen geschneit, da schnitt sich das Wetter nach Süden ab und es wird halt nicht mehr so viel schneien. Vielleicht kommt noch mal ein bisschen die Sonne durch. Am schönsten ist es wirklich im Norden und vor allen Dingen in Nordosten, speziell an der Ostsee. Viel, viel Sonne dort. Kann man nicht anders sagen, hab ich so über Wolken los. Im Westen, da gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Im Südwesten schneit und so Richtung Köln, Wechsel aus Sonne und Wolken. Temperaturen im Süden, gerade auch bei Glatteis, wirklich kalt. Minus 3 bis minus 5 Grad. Im Osten um die minus 2. Im Westen 2 bis 4 Grad und im Norden 1 bis 2 Grad. So, machen wir noch weiter mit dem Dienstag, dem 30.12. Das kam gerade ein, deswegen musste ich unterbrechen. Wir waren am Montag jetzt schon fertig. Am Dienstag ist es besser. Nur noch im Süden gibt es ein bisschen Schneefall. Dort zeigt sich sogar zeitweise die Sonne. Sonst, in den restlichen Teilen Deutschlands, überall ein Wechsel aus Sonne und Wolken. Vor allen Dingen im Osten noch ein paar dickere Wolken und nicht so viel Sonne. Vor allen Dingen im Norden zeigt sich öfters die Sonne als die Wolken. Temperaturen im Süden nochmal kalt. Minus 2 bis minus 4 Grad. Im äußersten Südwesten übrigens 0 Grad. Im Westen dann 2 bis 4. Im Norden 5 bis 6 Grad. Und im Osten weiterhin kalt, minus 1 bis minus 3 Grad. Und auch im Nordosten an der Ostsee an den Küsten 0 bis minus 2 Grad. Kommen wir jetzt zum Mittwoch schon, ja. Schreibe ich schnell voran, denn auch mir ist ein wenig kalt hier. Am Mittwoch, den 31.12., also am Silvestertag, sieht besser besser aus. Der Wind ist nicht mehr so störrisch. Das heißt, Silvester kann ganz gut gefeiert werden. Silvester wird noch in vielen Regionen Deutschlands auch Schnee liegen. Auch wenn die Temperaturen vor allem im Osten und auch im Süden jetzt ansteigen werden. Im Norden ist es bedeckt. Und dort zeigt sich so gut wie gar nichts. Es gibt aber auch keine Niederschläge. Das gilt auch für den Westen und Ost. Es ist einfach nur wolkig bis bedeckt. Niederschläge gibt es nicht, aber Sonne gibt es auch nicht. Im Süden ist es nur bedeckt. Und ab und zu fällt nochmal ein bisschen Schnee. Vor allen Dingen so am Vormittag. Dort im Westen werden es 2 bis 4 Grad. Im Osten 0 bis 2 Grad. Das ist auch dort leichte Plusgrade schon. Aber Sie können sich freuen. Am Anfang, den 12. wird der Schnee nicht so schnell weggetaut sein. Denn im Osten, das heißt Silvester, werden Sie die Nacht immer noch Schnee liegen haben. Also im Osten und Süden auf jeden Fall. Im Westen werden es 2 bis 4 Grad, wie gesagt. Und im Norden werden es milde. 4 bis 6 Grad dort war es ja noch nicht kalt. Das ist ja heute nicht kalt. Dort liegt sowieso kein Schnee. Im Osten, Süden und wahrscheinlich auch in einigen Regionen. Im Westen, aber wahrscheinlich nur im Süden und Osten, werden Sie weiße Silvester erleben. Wenn es schon mal keine weißen Weihnachten gibt. Wir hatten auch in den letzten 2-3 Jahren auch keine weiße Silvester. Wenn es schon mal kein Weihnachten weiß war, kann man dieses Jahr wenigstens mal Silvester. Oder zumindest im Süden und Osten weiß feiern. Gehen wir zum Donnerstag, den 1.1.2015 über, dem Neujahrstag. Ja, dort haben wir überall einen Wechsel aus dichten Wolken und sonnigen Abschnitten. Also es gibt immer einen Wechsel aus Sonnen und Wolken. Vor allen Dingen am Abend werden die Wolken dichter. Im Süden und vor allen Dingen in den Alpen und im Alpenvordern gibt es viel, viel Nebel. Das heißt, darauf muss man viel mit Nebel rechnen und im Alpenland wird der sich wohl auch kaum auflösen. Das heißt, der Nebel wird vermutlich den ganzen Tag bleiben. Sonst im Süden ein bisschen Nebel, der sich dann am Vormittag und Mittag schon auflöst. Temperaturen, wie gesagt, in ganz Deutschland, so im Süden noch mal kalt, aber die steigen dann ganz doll an am Freitag. Vielleicht kann ich das ja mal ganz doll sagen, das ist ganz komisch. Minus 4 bis minus 3 Grad am Donnerstag. Im Osten werden es 1 bis 3 Grad, das langt dann heute schon wieder wirklich am Neujahrstag. Im Norden 3 bis 5 Grad und im Westen wird es ein kleines bisschen kühler. Da kommt die Kälte mal so ein Schwall noch mal an. Da werden es dann noch mal minus 1 bis plus 3 Grad. Und Freitag, der 2. Januar, wird ganz besonders. Die Temperaturen steigen im Westen und vor allen Dingen im Süden einige Grad an. Und da kam auch wieder einer. Ja, die im Nachbarshaus machen die nämlich gerade irgendwie was. Und am Freitag mag ich nochmal schnell durch. Dichte Wolken und am Tag kann es immer wieder mal Regen geben. Vermute ich nur noch wirklich in Hochlagen Schnee, sondern es ist immer noch Regenschauer. Und im Süden regnet es gar nicht, da wecken sich Sonnen und Wolken ab. Und krass, am Donnerstag, den 1. Januar, im Süden noch minus 4 bis minus 3 Grad. Und im Süden werden es am Freitag dann 5 bis 7 Grad. Das ist ein heftiger Temperaturanstieg mit Glatteis-Gefahr, ganz doll. Aber da werde ich dann nochmal am 2. Januar berichten. Da kommt nämlich die nächste Wettersendung dann am 2. Januar. Und da werde ich über das Glatteis berichten. Im Westen werden es 5 bis 8 Grad, im Norden 6 bis 8 Grad. Und im Osten 4 bis 6 Grad. Achtet das weiter Video heute am Montag, dem 29. Dezember 2014. Nächstes Jahr, also am 2. Januar 2015, kommt die nächste Wettershow. Viel Spaß!